Guten Tag, wir sind hier auf der GastroTage West Messe in Essen und wir präsentieren unsere Firma B&M Furniture aus Australien. Wir haben eigentlich drei Bereiche im Geschäft, zum ersten haben wir den Designbereich, wo wir alles gestalten, also 2D Planungen, 3D Planungen, wir können das komplett fotorealistisch darstellen, wie die Einrichtung aussehen würde, wir können auch unterstützen mit technischen Zeichnungen und wir machen das immer zusammen mit den Kunden. Vielen Dank. Wir haben hier auch noch unsere Kompletteinrichtungen. Wir machen Boden, Decke, Wände, die Beleuchtung, also alles in einem kompletten Paket.